Hallo, ich bin Dronja, ich mache Lehre zur Bürokauffrau bei der Firma Fixkraft Futtermittel GmbH in Enns. Meine Aufgaben sind sehr vielseitig, weil ich von Bestellannahmen und Rechnungen schreiben bis zu den Telefonaten mit Kunden alles mache. Ich habe mich für die Lehre mit Matura entschieden, da ich zukünftig bessere Aufstiegsmöglichkeiten haben möchte. In meiner Lehrzeit darf ich viele Bereiche wie Buchhaltung, Vertriebsinnendienst, Einkauf und Marketing kennenlernen. Das bringt in meinem Beruf viele Vorteile. Die Tätigkeiten als Bürokauffrau haben mich seit Anfang an angesprochen. Außerdem habe ich viel Spaß mit meinen Kollegen. Grüß euch, ich bin der Manuel. Hallo, ich bin die Jasmin und heute erzählen wir euch was über den Lehrberuf Fohrenstechnik in der Getreidewirtschaft mit Schwerpunkt Futtermittelhersteller. Ich bin ausgelernt, nehme täglich die Warnung und führe für die Warnung immer die Qualitätskontrollen durch. Und wenn die Qualität passt, dann schaue ich beim Abplaner auf Verunreinigungen. Wenn der Manuel die Rohstoffe eingelagert hat, werden wir im Betriebhänden die einzelnen Komponenten vermischen und zu Futtermitteln verarbeiten. Meine Lehre ist sehr vielseitig, weil die Herstellung relativ viel Arbeitsschritte beinhaltet, wie mischen, malen, pressen und schlussendlich auch verpacken. Ich beginne in der Arbeit, weil man mit allen Kollegen relativ gut reden kann, egal ob alt oder jung. Und ich finde so viel Gleis da, weil nicht jeder Tag gleich ist und mir die Arbeit da Spaß macht. Wenn dir die der Berufe gefallen hat, dann kommst du mal vorbei. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich.